hallo und willkommen bei watch max's uhrenvideos mein name ist axel und ich freue mich dass du wieder reingeklickt hast heute geht es um eine graue uhr zumindest eine uhr die grau im namen hat die uhr heißt gray line und die die ich euch jetzt zeige ist es nicht auch wenn man vom erscheinungsbild der uhr vielleicht auf die idee kommen könnte dass sie es ist sondern es ist eine neuerscheinung die zum erscheinungszeitpunkt des videos am vortag erst von genau vorgestellt wurde eine uhr aus der serie 40 mit einer ganz besonderen werks modifikation was ich euch jetzt im video ganz genau zeige die gray line sie ist aber gar nicht grau sie ist auch nicht blau wie es hier aussieht mit einem durchmesser von 40,7 millimeter und einer bauhöhe von 15,7 millimeter einer band anstoß breite von 20 millimeter einem lag von 48,7 und einer wasserdichtigkeit von 200 meter ist sie ein ganz typischer vertreter der serie 40 von genau diese uhr ist aber auch ein untypischer vertreter worauf ich noch eingehen werde ein bisschen davon habt ihr gerade schon gesehen das blatt erscheint hier blau das liegt aber an der lichtreflexion und auch an der entspiegelung des safirglases was die uhr besonders macht das zeige ich euch jetzt wenn ihr es nicht schon erahnt habt und auf dem holzweg seid wenn ihr die 24 stunden lünette gesehen habt ich verstelle die zeit und ein kleiner relativ unauffälliger zeiger läuft mit und hier behandelt es sich nicht um einen gmt zeiger sondern es ist tatsächlich ein tag nacht indikator und zwar ein tag nacht indikator aus der mitte bei einem tricompax werk und das ist nur möglich gewesen weil genau das tricompax werk im hause selber modifiziert hat nicht zugekauft und mir ist auch keine andere uhr auf dem markt bekannt die eine ähnliche funktion bietet eine ständig mit laufende 24 stunden anzeige zentral aus der mitte bei einem tricompax werk wer sich mit genau auskennt der wird gemerkt haben dass die eben angezeigte bauhöhe der uhr identisch ist mit dem standard der serie 40 was bedeutet genau hat hier tatsächlich einen vierten zeiger auf die achse gepackt ohne dass die uhr höher wird hier haben wir noch ein bild der werksmodifikation die im hause gena erfolgt ist ich bin kein techniker ich bin kein schrauber ich bin kein feiler und ich bin auch kein ingenieur ich kann euch nicht genau erklären was gemacht wurde ich denke mir es ist ein zusätzliches zahnrad welches die umdrehungsgeschwindigkeit des 24 stunden zeigers entsprechend anpasst anpasst und das ganze ist im standardwerk verbaut beziehungsweise auf das standardwerk aufgesetzt was man ein kleines bisschen sehen kann ein zweiter punkt der diese uhr besonders macht die indizes sind aufgesetzt es sind aber nicht metallisch aufgesetzte indizes es handelt sich hierbei um leucht keramik es sind aufgesetzte keramik indizes die mit leuchtmasse vermischt sind so dass sie sehr intensiv nachleuchten weil halt sehr viel masse da ist um leuchtmasse aufnehmen zu können ihr könnt es hier sehen ich durfte aufnahmen von rohblättern machen und nicht nur dass die totalisatoren etwas versenkt sind sondern hier kann man auch sehr schön sehen wie die keramik indizes auf das blatt aufgesetzt sind und dass sie auch diese etwas typische leuchtmassenfarbe haben von hinten sieht das blatt so aus die zwei halterungen das blatt aufgesetzt werden kann und was ihr sehen könnt ist die aussparung in der mitte und die war notwendig um den vierten zeiger unterbringen zu können ohne weitere modifikationen am gehäuse vornehmen zu müssen das glas höher mache die uhr höher machen zu müssen und der dritte punkt der diese uhr auszeichnet ist die der zweifarbige reo einmal für tag einmal für nacht und der übergang dort wo das zweifarbige oder zweifarbige kreis ist der wird auch gray line genannt das heißt die tag nacht grenze der übergang vom tag zur nacht wird gray line genannt und das ist der begriff der auch dieser uhr den namen gegeben hat es ist die genau gray line eine wunderbare uhr sehr gut ablesbar der 24 stunden zeiger stört überhaupt nicht was ich wirklich sehr begrüßenswert finde die lunette rastet in 24 klicks so dass man den tag nacht indikator tatsächlich dann auch als zweite zeitzone nutzen kann wenn man die lunette entsprechend einstellt was ich beim filmen und auch bei der live betrachtung wirklich erstaunlich fand wie oft ich gedacht habe dass diese uhr blau ist da komme ich aber gleich noch mal und habe noch mal ein vergleichsbild die uhr ist noch verklebt das kann man gut sehen das band ist das typische genau band mit der massiven schließe dem band mit der abgefassten kante und den schrauben die auf beiden seiten verschraubt sind so dass es kein gewinde in einem bandglied gibt wenn man tatsächlich mal eine schraube vermaggt muss nicht direkt das ganze glied ausgetauscht werden sondern es reicht einfach die schraube mit der mutter entsprechend zu ersetzen auch hier wirkt die uhr wieder blau noch mal das ziffernblatt im vergleich dazu es ist tatsächlich ganz schwarz durch die entspiegelungsschicht und den entsprechenden lichteinfall erscheint das blatt dann aber schon einmal anders das gehäuse ist mattiert es ist das typische serie 40 gehäuse von genau die krone ist verschraubt die drücker nicht der kronenschutz ist so angebracht dass die krone sich nicht in die ein oder andere richtung verrutschen kann wenn man anstößt aber trotzdem sehr gut bedienbar ist die lünette ist an der kante etwas anders gefärbt es sieht fast so aus als wäre sie da schon etwas abgegriffen das ist aber gewollt ich mag das sehr gerne weil es der uhr einen in anführungsstrichen leichten used look gibt ohne dass die uhr schon tatsächlich abgegriffen ist am arm finde ich die uhr wie die allermeisten serie 40 modelle dann eigentlich alle serie 40 modelle das gehäuse ist ja immer gleich sehr angenehm die krone ist nach vorne etwas abgerundet so dass sie auch bei kontakt mit einem arm nicht direkt drückt wenn die vorderseite gerade wäre hätte man direkt den kontakt mit einer rechtwinkligen kante das bleibt hier aus so dass die krone auch wenn sie auf den arm kommt keine schmerzhafte kante hat die unangenehm in den arm drücken könnte hier könnt ihr noch mal schön die weiße kante oder die hellere kante der lünette sehen wie gesagt das ist gewollt beabsichtigt und kein verschleiß das band knickt direkt am gehäuse ab auch mit dem stahlband dran bleibt der lag to lag abstand also die auflagefläche auf dem arm unter 50 mm die spaltmaße sind in typisch gering so dass das band auch keinen stretch hat sich nicht viel bewegt mit haaren hat man bei dem band sowieso keine probleme und doch das band ist sehr schön und sehr sauber gebürstet auf der uhr verbaut ist die leuchtmasse c3 x1 also ausreichend hell ausreichend lange hell wenn hier bei der bedienung ich weiß nicht ob es euch aufgefallen ist der stundenzeiger auf dem stopptotalisator nicht ganz zurücksetzt liegt es daran dass das eine vorserien uhr ist die mir vorm produktstart zum filmen zur verfügung gestellt wurde am arm macht die uhr auch einen wirklich guten eindruck und mit einem preis von 2399 euro ist sie auch definitiv nicht überteuert ja ich hoffe ihr wart von der gray line ähnlich begeistert wie ich mir hat sie super gut gefallen und was ich extrem gut finde ist dass es uhr in hersteller gibt zu denen ich auch genau zähle die zwar keine eigenen werke entwickeln aber werke weiterentwickeln eigene ideen einfließen lassen und das ganze zu wirklich doch erschwingbaren preisen leistbaren preisen erschwinglichen zu erschwinglichen preisen heißt es preisen die man sich leisten kann bei uhren die zudem auch noch gut aussehen mir gefällt sowas total schreibt mir doch gerne in die kommentare wie ihr das seht bis dahin bleibt gesund erfreut euch an euren uhren und freut euch auch von den nächsten videos so ist das just euerarkezeit oben oben